Hallo! Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Slender Elementary! Wir müssen Teddybären finden! Yay! Teddybären. Anscheinend sind wir in der Schule. Teddybären? Tettys! 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 Schillst du als Teddy? Teddy! Sound effector Wir haben einen Teddy Und da ist schon der zweite Wow Da ist er Immer noch Immer noch Ist er immer noch da? Was ist das denn? Ja Na gucken wir mal nach anderen Teddys Teddys Teddy Burn Go go Teddy Rangers Was Was Wo seid ihr Teddys? Da ist Da wäre ein Teddy da, sag Mein Bruder Sag Hallo Er hat Nein gesagt Guck ich diesmal mein Mikrofon an Ja dieses Mal habe ich gesagt Schild auf Schild auf Schild auf Schild auf Ja Der Himmel ist wunderschön Wunderschön Ja 12 von 8 Tafel Tafel Wasserspender Komischer Baum in der Mitte mit komischer Puppe drinnen Tafel 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 Blut. Wahrscheinlich ein abgetrennter Arm oder so. Ja, Blut, das halt so in Schulen ist. Gibt es immer irgendwelche Raudis, die allen die Arme abreißen? Welche sind so langsam in dem Spiel? Wo ein Teddy, der am Kopf aufgehangen ist. Satanismus. Mucke. Slender. Bäh. Was ist denn Dreck? Hässlich. Will ich gar nicht sehen. Na, dann bist du im nächsten Part, ne? Schau.